Was geht ab Leute, Sane ist wieder da und heute schauen wir uns mal den Shogun von Wano Kuni genauer an. Viel wissen wir bisher über den Shogun nicht nur das er mit Kaido zusammenarbeitet und das sein Name Kurozumi Ourochi ist und dieser Name alleine ist schon interessant. Berechnen wir ihn mal auf und schauen uns beide Teile einzeln an und was wir uns über ihn sagen könnten. Kurozumi Es gab da mal einen Shinto Priester, der hieß Moneteda Kurozumi. Er verkündete am 22. Dezember 1814, dem elften Tag des elften Mondmonats des elften Jahres der Bunga Ära, nicht verwechseln mit Bunga Bunga. Damals verkündete er eine göttliche Vereinigung mit Amaterasu, Sonnengöttin und oberste Göttin der Shintoistischen Pantheon gehabt zu haben. Er gilt als Gründer dieses Glaubens. Er erschuf eine neue Glaubensrichtung und gründete eine Shinto Sekte mit dem Namen Kurozumi Kyo. Eine Shinto Sekte glaubt nur an einen Gott, doch in diesem Fall glaubt die Shinto Sekte dass es zwar auch noch andere Götter gibt, aber diese Amaterasu einfach unterstellt sind. Deshalb ist die Sekte auch keine hundertprozentige Shinto Sekte, da sie eben eine etwas andere Meinung haben, wie normalerweise die Shinto Sekten haben. Sein zweiter Name ist Orochi, wie der achtköpfige Drache bzw. Schlange in der japanischen Mythologie, welches sich jedes Jahr ein Kind eines Ehepaars schnappt bis Susano auf das Ehepaar trifft und verspricht Orochi zu töten, wenn er dafür ihre Tochter Kushina Dahime bekommt. Kushina Dahime könnte eine Anspielung auf Kuina sein und Zoro könnte in dem Fall Susano darstellen und gegen den Shogun kämpfen und den Töten wie in der Mythologie. Nachdem Susano Orochi tötete, bekam er dessen Kusanagi Schwert, also könnte auch Zoro hier ein neues Schwert bekommen. Dementsprechend wäre der Shogun mit Sicherheit ein Schwertkämpfer und Besitzer des Drachenschwertes Kusanagi, aber das habe ich auch schon in einem anderen Video erläutert, klickt oben auf den Infobutton, dort ist das andere Video verlinkt. Doch wer könnte nun Amaterasu sein? Kurozumi meinte er habe sich mit Amaterasu vereinigt, könnte Imusama, welche meiner Meinung nach immer noch eine Frau ist, ihre Kraft benutzt haben um irgendwie mit dem Shogun in Verbindung zu treten und so den Shogun glauben zu lassen, er habe eine göttliche Verbindung gehabt. Könnte Wano Kuni am Ende Teil der Weltregierung werden? Naja gut, das glaube selbst ich nicht wirklich. Immerhin dreht sich der Wano Kuni arg darum, dass eben Wano Kuni befreit wird, die Grenzen geöffnet und Momonosuke der neue Herrscher von Takeshi's Castle wird. Naja gut, Odens Castle meine ich natürlich. Ähm, aber vor ein paar Minuten ist mir da etwas Lustiges eingefallen. Wir denken an Frauen, wir denken an Sonnen, wer kommt uns da in the mind? Natürlich Big Mom und ihre Sonne Prometheus. Wir wissen ja, dass Big Mom nach Wano Kuni geht um dort Ruffy zu erledigen. Könnte möglicherweise der Shogun Big Mom und ihre Sonne Prometheus sehen und sie anbilden oder die Seitenwechseln von Kaidu rüber zu Big Mom oder könnte der Shogun einfach der Punkt sein oder bzw. der Hauptfaktor sein, weswegen sich Kaidu und Big Mom am Ende doch noch verbünden? Wir wissen es nicht, warten wir es ab. Ich hoffe auf jeden Fall dieses Video hat euch gefallen, wenn ja zeigt es mir wie immer durch einen Klick auf den Abo Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, vergesst dabei die Notification Bell nicht, YouTube Algorithmus OP und zeigt es mir auch mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mich mal live beim Zocken beobachten wollt, kleine Werbung nebendran. Ich streame auch auf Mixer eine Plattform für Microsoft bzw. für die Xbox. Mein Name dort, InselnLive, Links wie immer in der Beschreibung. Und ich hoffe das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und hauste rein Bro. Ciao. Shut your mouth. Ciao. Ciao.